Wir haben hier ein Gürtbrot, Schlapper, habe dann zwei Slinder. Geburtemotor, hier hinten ist das Kulung. Auch zum Besitzer habe ich selbst ein Malwerk davor angemeldet, ob die Dröse einschlutzt. Hinten ein Zartfäller. Gut Riebe, ein Vorauss, ein Drück. Hinten reifst du den guten Tuchstund. Ein kleiner Rissen. Guck mal, das ist hier zu groß. Wirst du wirklich sehr schlecht die Munde verfangen werden. Wir können das einfach starten. Guck mal. Das ist ein Langdun. Das sind andere Getriebe. Und da fühlt es, weil das wiederholige Anschluss ist. Böde sind jetzt hoch. So, come on there. Das ist ein Schocker, der ist ein Schocker. Das war's. Das war's für heute.